Jum, so und da sind's ein paar wenige. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Das ist auch eine sehr beunruhigende große Menge an Leuten. Der steht da hinten. Das sind die zwei, das ist mir egal. Die Frage ist, bleibt der da stehen oder geht der wieder? Der geht wieder. Wo sollen wir die denn nur alle lagern? Das war knapp. Jetzt schauen wir uns hier nochmal um. Wir sind jenseits der Mauer. Den könnte ich mir erstmal egal sein. Das ist der da vorne, der stört. Oh, vor allem ist einer da oben, der stört. Ein bisschen Schütze. Hm. 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 Hm, 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 hm. Ich muss mir noch ein bisschen... Ich muss mir noch ein bisschen... ... was an Leuten loswerden. Mal schauen, wie das da vorne aussieht. Oh, das sind aber ganz schön viele. ... Vor allem auch alle irgendwie... ... gegenseitig anschauen. Hm. Wenn ich hier an einer zu den Leuten abgewandten Seite hochkletter... ... weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ne. Ah, nicht. Hier aus der Deckung mit der Pistole den Typen wegschießen. Das hat fürchterlichen Lärm. Dann müsste ich sehen, dass ich danach... ... beschleunigst... ... da drüben in das Ding reinkomme. Wo bist du denn? Wo ist denn denn fast fest? Wo ist denn denn? Wo ist denn denn fast fest? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße! Oh Gott! Das ist schlimm! So, sind die erstmal alle bisschen wuschig. So, der geht schon wieder zurück. Jena wieder zurück. Alle Mann weg. So, die sind abgehauen. Die sind verschwunden. So. Wieder... Wieder da hinten allesamt. Okay. Okay. Hier. Hier haben wir da oben halt noch den Kollegen, der da aufpasst. Die Frage ist, komme ich da irgendwie hoch? Aufpassen, dass da niemand in den Rücken fällt, quasi. Ah, jetzt auf einmal. Aber, weißt du, jetzt zwei Mal will er da hochklettern. So, verstecken sollst du dich. Während die jetzt hier wieder alle angewackelt kommen und wieder alle irritiert sind. Aber wo ist er denn, der in den verfluchten Nebel verschwunden ist? Wo ist er denn? Denn du stimmst nicht. Der muss hier dann wo sein. Aber wo? Aber wo? Aber wo ist er? So, die gehen wieder alle. Ich habe jetzt nicht das Richtigste, nur noch vier Leute. Einer davon ist der Typ, der Knarre da oben, der Schütze. Der zielt permanent in diese eine Richtung. Sehr gut. Lassen wir den auch los. Ja, den muss ich aufpassen da draußen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen weg. Da geht da noch was rum. Okay. Die Klappe auch schon mal weg. Jetzt haben wir halt auch immer noch die hier. Wo laufen die jetzt lang? Der eine ist da hinten, glaube ich, hinter denen. Ja, und ratzt da vor sich hin. Der fliegt da hin. Das heißt... Der bleibt da... Der bleibt da rumhängen. Shit. Jetzt kommt er hierher. Der andere ist wieder eingenickt. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Geht er nochmal weiter weg? Oder geht er von... Ah, er geht... Er geht nochmal weiter weg. Was ist er jetzt? Oder ist er dahinter? Ist der da drüben natürlich auch gerade wach? Muss jetzt eigentlich seinen Kopf wieder senken. Ja, gemacht. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Moment. Oh. Komm. Tu's. So. Scheiße, sie kommen da lang. Jetzt habe ich dich. Hör auf zu schleichen. Lauf. Hast du nicht schneller, du schwinnstüchtiger? Nein, ich schwirr ja gerne, aber er tut's nicht. Dann blitz dir die Hose etwa zu eng. Ah, du sollst dich nicht verstecken. Ach, Mann. Das... Das ist etwas, was ich einfach nicht leiden kann, wenn er nicht tut, was ich ihm sage. Oh, es gäbe schon. Oh, es gäbe schon von mir hier. Oh, kein Mann. Oh, das ist doch nochmal als erstes. Oh. Oh. Papi. Ah. Nein, nicht die Karte. Das sind zu viele, verdammt. Mach, dass du da wegkommst. Ach, und der tut's wieder nicht. Ach, das ist... Es ist so anstrengend, wenn er nicht genau das tut, was mir sich vorstellt. Das ist alles genau geplant. Und dann gibt es minimale, kleine Spitzwürgen irgendwo in der Steuerung, wo er ganz spontan auf die Idee kommt, was komplett anderes zu machen, als das, was man sich eigentlich denkt. Und dann ist die gesamte Mission im Heimer. Und dann... Wie man dann hier sieht, kann man auch noch komplett von vorn anfangen. Netterweise. Weil er einfach nicht das tut, was man von ihm verlangt. Psst. Sieh mal, was ich habe. Sieh mal, was ich habe. Ist das ein Vieh? So. Oh. Oder zwei weniger, die Nerven. Verfluchtet Wittemack. Das habe ich nicht getäumt. Sollen wir die denn nur alle lagern? Ah. Verfluchtet Wittemack. Das nützt mir ein Dach, wenn es nicht mal den Regen abhält. So, jetzt werde ich die draußen auch erledigen. Es hilft da nix. Jetzt haben wir hier einfach keine Ruhe. Mit dem Zeug besiegen wir jede Armee. Die sollen nur versuchen, uns aufzuhalten. Oh. Kein. Gemäßig da! Ah, der hat mich gesehen. Oh, Mann. So, da steht einer. Ist da irgendjemand? Nein. Da ist niemand. Gib's auf. Komm, wenn du dich gefällst, um deinen Eingang. Also. Jetzt ist da natürlich einer. Der mir hier unter Umständen Spaß verderben könnte. Da, wenn ich schnell genug bin, kriege ich meinen Doppelattentat noch hin vorher. theyh. Oh. 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 Aufgeräumt. Die gehen mir schon mal nicht mehr auf die Nerven. Haben wir noch da drüben welche? Wenn wir dann von da kommen. So. Ah, das gibt's doch nicht! Ach, jetzt stellt er sich da wieder zur Verteidigung hin, anstatt wegzudraufen. Du sollst weglaufen, verdammt, wenn ich dir das sage. Ach, das ist doch... Das ist doch zum Reihern, ich... Also heute ist irgendwie nicht mein Tag hier. Heute macht er wieder überhaupt nicht das, was er soll. Warum hat er jetzt eben vorbeigeschossen? Ich zähle ihm genau auf den Kopf und er schießt vorbei. Ach, das ist ein Elend, ist das mit denen. Ja, Freunde, das kann sich heute nur um Stunden handeln mit dem Elend hier. Das klappt heute wieder alles hoch. Überhaupt nicht. Und dann fange ich wieder an, mich zu ärgern. Und ich wollte mich jetzt bei diesem Assassin's Creed einmal nicht ärgern. einmal entspannt angehen. Ist das... Ja, den nehme ich mit dem Chateau. Ja, auf dich da zu verstecken. Hier steht auch einfach so viel Zeug rum, und dass er viel zu viel die Gelegenheit hat, irgendwo sich dran zu hängen, obwohl er das nicht tun soll. Mit dem Zeug besiegen wir jede Armee. Die sollen nur versuchen, uns aufzuhalten. Lass los. Hm. Jetzt mach doch, was ich dir sage. Ja, und schon hängt er wieder irgendwo fest und geht wieder nicht weg. Und schon haben wir den Ärger wieder am Hals. Was will ich jetzt auflassen, wie ich sage. Er steht wieder viel zu langsam. Macht ihn. Jetzt. Meine Fresse. Natürlich stimmt hier etwas nicht. So, jetzt geh ich raus. Ich treffe dem entgegen. Die Maus zuckelt auch ziemlich eklig herum. Ja, da kommt einer, der irgendwie irritiert ist. Dann müssen wir den mal kommen. Ja, versuche ich. So, wird da bestimmt noch irgendwo jemand, oder? Ja, da. Weißt du was? Die schieße ich auch einfach weg. Jetzt bin ich da in Ruhe. So. 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 So.